Für die Gewinner des letzten Jahres kommt doch zu mir auf der Bühne ein Applaus für Julia, Helen und Malte. Hallo ihr Lieben. Genau, weit und nicht einfach so neben mir auch. Ja, ich habe schon gesagt, Sound of Nature, das war im letzten Jahr das Motto. Und ihr habt gewonnen und ihr habt erdwunschartig gewonnen. Über 260.000 Mal wurde das Video, ihr habt einen Song gemacht, mehr dazu gleich, bereits auf YouTube angeklickt und jeder, der sich ein bisschen damit auskennt, der kann sich vorstellen, ein Viertelmillion Mal, das ist eine ganze Menge. Und seitdem hat es bei euch auch einiges getan, oder? Ja, auf jeden Fall. Also es hat natürlich breite Kreise gezogen, durch Medien, durch Freundeskreise und jeder wusste davon und das verändert schon ein bisschen was im Leben. Ja, ihr habt es schon gesagt, mir auch im Vorfeld, das Fernsehen war natürlich auch ganz begeistert, der NDR war bei euch ein bisschen zu Besuch, Sat.1 war da. Wie war das so mit denen? Wie waren eure Erfahrungen da? Eigentlich tut man positiv, also, und das hat richtig Spaß gemacht mit denen. Wir hatten vorher, danke der Erfahrungen, das ganze Radio-Programm, das hat richtig viel Spaß gemacht. Ganz kurz, wir werden die drei natürlich hier gleich auch noch sehen. Also, sie werden noch sehen und hören und selber entscheiden können, ob das Ganze preisverdächtig ist, aber natürlich kurz nochmal, im Vorfeld habe ich ein paar Fragen einfach zu eurem Song. Also ihr habt euch für einen Song entschieden, das machen auch nicht alle. Also, zur Aufklärung, die Form des Videobeitrags, die ist relativ frei. Das heißt, man kann Lieder machen, man kann Imagebeiträge machen, Geschichten erzählen, was auf immer man meint, was zu einem passt. Ihr habt eben mit Rhythm of Nature einen absoluten Ohrwurm kreiert, muss man sagen. Habt ein Musikvideo dazu geschnitten und das ist eben extrem gut angekommen. Wer von euch ist denn auf die Idee gekommen? Ja, also wir haben uns in der Zeitung gesehen und wir haben gedacht, okay, wir machen dann richtig erfällende Fragen, ob sie mitmachen möchte und dann haben wir einfach mal angefangen und geguckt, was los wird. Ja, und wie muss man sich das jetzt in der Praxis vorstellen? Habt ihr euch zusammengesetzt, euch einen Song unterlegt, Text geschrieben oder wie war das dann? Ja, genau, wir haben einfach angefangen auszuprobieren, wirklich, ja, es geht einfach so was los, ohne Plan, wir haben auch die ganze Zeit eigentlich kein Plan, und wir haben weder beim Drehen noch beim Schreiben alles spontan und dann haben wir geguckt, was hier schwach ist. Aber es steckt auch jede Menge Arbeit hinter, oder? Ja, also das ist natürlich sehr zeitaufgelesig, aber es hat einfach so viel Spaß gemacht und ja, hat es sich ja auch gelohnt. Ja, dass ich das gelohnt habe, davon können Sie sich jetzt eben selber nochmal überzeugen, denn ich würde sagen, ich gebe die Bühe frei für euch, organisiere euch mal eben ein Lippofone, sobald ich sie tragen kann. So, wir sind alle gleich gut. So, bitteschön. Ja, denn jetzt würde ich sagen, bühnenfrei für Julia Helen und Malte und den Siegertitel aus dem letzten Jahr. Viel Spaß mit Rhythm of Nature. Das Rauschen des Getreides und das Küken von dem Schwein, das Kuchen der Kühe von den Großen und dem Kleid. Manchmal kannst du nicht vermuten, was dein Tier damit sagt, und sonst ist einfach Kreativität gefragt. Dich stört, da lernt der Attraktoren, dann pass jetzt mal auf und öffne deine Ohren. Ohne diese großen Teile würde es dir schlecht gehen, denn du musstest deine Brötchen ab und vor selber sehen. Du denkst über Bauern, was für Scheiß, was für Mist, aber überleg dir mal, was du da gerade bist. Wo das herkommt, bevor es auf dem Tempel alarmt, wie viel Arbeit steckt, in diesem Wetter krank. Manchmal lohnt es sich, mal ein bisschen zu denken und diesen Menschen, die du Bauern, es Respekt zu schenken. Die deine Namen produzieren und es entverdient haben, dass du jetzt mal aufhörst, nur über sie zu fragen. Power, 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 immer im Gehör, erst Bauer, Lange, oder auch Altar-Ingenieur. The Rhythm of Nature, wenn du nicht aufhörst, bist du aus der Tag. The Rhythm of Nature, bei deinem Center entscheidend verstört. The Rhythm of Nature, the Rhythm of Nature, wieder zu gehen, vor mir einfach zu erzählen, was solltest du. Nun folge mir mal, ich zeig dir andere Facetten aus der Landwirtschaft. Vielleicht ist noch was zu retten, das kennst du überhaupt, dieses Leben auch im Horkenst. Nur die färmte Bauern, denkst du wirklich, alles ist so dumm. In Wirklichkeit sieht das alles anders aus, komm doch endlich mal aus der Gischee-Welt raus. Mach dir doch mal selbst ein Blick von diesem Leben auf dem Land und überzeugt dich, denn das ist wirklich interessant. Power, 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 immer im Gehör, erst Bauer, Lange, oder auch Altar-Ingenieur. The Rhythm of Nature, wenn du nicht aufhörst, bist du aus der Tag. The Rhythm of Nature, bei deinem Center entscheidend verstört. The Sound of Nature, the Sound of Pleasure. The Sound of Trainer, die Ja, natürlich stellt sich jetzt die Frage so toll, wie ihr das gemacht habt, es geht ja um den Landwirt oder Landwirtschaft im Beruf, aber hat sich bei dem einen oder anderen vielleicht jetzt so ein anderer Berufswunsch, vielleicht Musiker, herauskristallisiert oder entwickelt? Ja, also Musiker glaube ich nicht, also ich glaube nicht, dass das als Beruf in Frage kommt, aber mit Medien kann ich mir schon was vorstellen, also ich finde diesen Bereich echt interessant. Aber ihr habt ja auch noch ein paar Jahre Zeit, da geht ihr alle noch zur Schule, da ist noch einige Luft nach oben oder Entscheidungsmöglichkeit. Super, also vielen, vielen Dank, habt ihr ganz toll, macht bleibt bitte einfach bei mir, ihr könnt die Mikros einfach weglegen, denn jetzt müssen wir so ein bisschen, aber auch wirklich nur ganz kurz zum etwas trockeneren Teil der Veranstaltung übergehen.